Liebe Plaza-Mitglieder, wie ihr mitbekommen habt, dürfen wir seit Mitte März wieder ein 1 zu 1 Training anbieten. Und was ich einfach festgestellt habe, ist, dass die Arena oftmals nicht gebucht ist. Und da dachte ich mir, vielleicht liegt es auch daran, dass ihr oftmals nur den Miner-Zirkel kennt und unseren Twin-Zirkel, sowie auch unsere Chinesis Station, einfach vielleicht euch nicht sicher seid, was wir da überhaupt, oder was man da überhaupt trainieren kann. Deswegen werdet ihr in dem nächsten Video einfach von mir Erklärungen zu den einzelnen Geräten sehen. Ich werde zusätzlich noch Trainingspläne laminiert hier auslegen. Plus, wer die MyWellness-App hat, kann auch hier nochmal ein Training unter Arena sich abrufen und weiß dann einfach, welches Training ich empfehlen würde, also welche Geräte. Noch anmerken möchte ich, dass der Twin-Zirkel, den wir jetzt hinter mir sehen, mit den schwarzen Geräten, da seht ihr, sind keine Sitzplätze da, was für mich optimal ist und unheimlich wichtig, weil wir sitzen so viel wie nie zuvor im Homeoffice. Und deswegen ist eigentlich das Training am Twin-Zirkel genial, weil ihr alles mal im Stehen durchführen könnt. Also, guckt in die nächsten Videos rein und dann wünsche ich euch viel Spaß.